Wie groß Bauteile sein dürfen, die wir für Sie bearbeiten, ist natürlich recht individuell. Im Träßbereich können wir einen Hürfel bis 1,60 Meter Kantenlänge bearbeiten. Im Drehbereich, also rotationssymmetrische Bauteile, sind sogar Abmaße bis 5 Meter Länge und im Durchmesser bis 800 Millimeter möglich. Für spezifische Anforderungen sprechen Sie uns gerne an.